Also man muss ja hier eine Spinne und eines Frosches und hier müssen halt zwei Doppelte hin und dann fehlt dazu noch eins Nein, das wird schon noch kommen, gehen wir mal weiter Junge, was ist das denn? Dreck sie Zack Oh Junge, was ist denn das vor ihr noch? Okay Ja, ich komme doch schön Bin ich ja sicher Ja man Alter Den übelst du die Keule gehabt, Alter Was? Geh nicht, so schwach Jawohl Ja, ich komme doch schön Zack, Junge Warte da erstmal Erstmal umgucken hier Okay Nice Jetzt habe ich hier doppelte Fähigkeit Wer da ist Was ist denn nun? Okay Gecheckt Was ist denn jetzt? Was ist denn das? Zwei weiße Salbe Was soll ich mit dem Scheiß? Ach so, okay Gut Alter Junge, die Räuche, Alter Mach die scheiß Taschenlampe an, du Bekloppte Oh Junge Hier wird nicht Nein, nein, nein Zack Junge, jetzt habe ich dich aber jem, Alter Du Wichser, Alter So, warte mal Jetzt kann ich das bestimmt nehmen Und dann kriege ich wie viele? Zwei, gut Mach ich trotzdem tot den Wichser, Alter Gut, gecheckt, gecheckt Ah, der einäuge Schlüssel Nice Jetzt kommt hier der Atze Guck mal, der Maul, Alter Wo ist denn der Spacken mit seiner Gäule? Na, Trottel Hä, wo ist denn jetzt der Pansen hier mit seiner Gäule? Hm Okay Was ist der Räuber? Ein Reihenglied Ein jeder auf seiner Beute Ein jeder auf seiner Beute Ein Schild Auf jeden Fall fehlt ja hier noch ein Bild, oder nicht? Oder anscheinend nicht, warte mal Die Räuber stehen in Reihenglied Ein jeder auf seiner Beute Ein jeder auf seiner Beute Ein jeder auf seiner Beute Ach so Warte mal Da muss das alte Schaf hier hin, oder was? Ihr Mac-Friend, Brent Rambo Und da fehlt ja trotzdem ein Bild Eine Spinne frisst der Schmittler Ach so, das ist fixiert Also muss die Spinne hier hin Ja Und dann fehlt, ja, da fehlt trotzdem noch eins Okay Denn irgendwas frisst ja der Frosch Oder der Frosch wird von allem, was sie fressen Hier heute kommen Lassen wir das mal so stehen jetzt hier Boah, ich weiß ja auch nicht, wo ich den Schlüssel nehmen konnte Nein, hier nicht Ist schon klar Na ja Komm Mensch, du bist ab jetzt hier Ist doch gut Was ist denn hier los? Ja, ja, mach ich Warte mal Wollen wir nicht Einen Schlüssel? Ach so Ja, komm Ja, wo siehst du doch Zack Mal auf die Luke Junge, was war denn das? Oh, Alter Junge, erschreckt man sich ja so'n Scheiß, Alter Oh, was ist denn nun? Oh, Junge, was ist denn hier los? Junge, was ist denn das hier? Junge, ist das geisteskrank hier schon oder alles? Guck mal, der mault, Alter Ist hier noch eine Angeblubbert, Alter? Oh, Alter Oh, okay Ist das peinlich noch, Alter? Oh, Alter Na, das war so klar Oh, Junge Jetzt kommt wieder super Atze, Alter Ah, gut Alles klar Ich hab's kapiert Jetzt müssen wir den Spacken hier auch noch Und so vom Hals halten, Alter Oh, Alter Junge Der hat ein schönes Tempo, der Wichser, Alter Ach komm, ich habe jetzt überhaupt keine Zeit für so'n Rotz Muss ich mal ganz ehrlich sagen Ach, Scheiße Moment Warte mal, warte mal, warte mal Das ist mir mal schnell hier Oh, Junge Der ist ja schon da, Alter Assi Oh, Alter Alter, die haben ein Tempo, die Wichser Verpisst ihr euch? Oh, nee Ich werde gleich zerfetzt Oh, Scheiße, Alter Jetzt geht's aber ab hier Warte So, lass mich mal nachladen Moment Jetzt muss kein Theater machen hier Assi Junge, der legt da ein Tempo vor, Alter Junge, du fetter Bastard, Alter Einfach herrlich Na, wo ist sie? Mist Haken Assi Eine Rohrbombe, nice Nice Welche ist das hier mit C? So ist es Wieso? Oh, nee Oh, Junge, jetzt kommen die aus allen Ecken geschissen hier, Alter Okay Patz Zerberstet, Alter Oh, jetzt kommt der Bastard da wohl angeschissen hier Schnell raus hier Halt dein Maul Oh, Junge Was war denn das? Oh, nee Was ist denn hier los, Mann? Ich habe auch keine Pflanzen mehr Scheiße Jetzt werde ich zerfetzt Guck mal, dein Maul Noch eine Rohrbombe, her damit Pisse hier, friss Wo muss ich denn überhaupt hier hin? Oh, Junge, ich bin gleich tot, Alter Nice Ach, siehs Junge Das war ein Fight, Alter So muss das, Alter Habe ich doch Ich habe sie, wenn auch knapp Dieser hässliche Typ ist aufgetaucht Sag bloß, gegen den habe ich keine Chance Ich nehme jede Hilfe, die ich kriege Ah, ja Schlange frisst frutsch Das ist ganz schön hartnäckig, war's Aber ganz so einfach mache ich es dir nicht Ah, das ist ja auch irgendwo Oh, nee Oh Der schon wieder? Alter Der bin ich langsam auf den Sack, Alter Ach, komm mal, dein Maul So, warte, machen wir erstmal das Bild jetzt hier So, warte mal, wer kriegt jetzt hier seine Schuchtel Silbermaske? Hier Zack So So So, dann war das hier, jawohl So, dann muss nämlich der dumme Frosch Hier rüber Zack Und hier muss die Schlange gehen Oh, ich bin der Fuchs Ich bin zwar Fuchs, bin ich Will er mich mit diesen Rätseln schikanieren? Ich weiß es auch nicht Ich gebe mir den scheiß Schlüssel Was ist das? Ich höre mich jetzt erstmal die scheiß Flinte, Alter Warte, was ist die alle hier so rum im Bild, Alter Na, hier ist solche Zack Ran mit die Flinte Na, endlich Das gefällt mir schon besser Na, das denke ich Machen wir gleich mal hier Ein bisschen Hat sie jetzt schon hergestellt Nice Gleich mal noch eine Robo mehr Sicher, sicher Was denn nun los? Ach, stimmt ja, hier rennt ja der Bastard rum Boah, Junge, was denn nun? Wo denn, Alter? Junge, macht der denn voll Geräusche, Alter? Ist der behindert? Kommt der hier auch hin? Moment mal Junge Dummer, hässlicher Wichser, Alter Okay Ach, da ist zumindest schon mal die ältere Maske gehört Wie kriege ich denn den Scheiß jetzt hier aufgelöst? Ist das die letzte Maske? Ach, was Jetzt reicht's, Alter Ja Kennen wir doch nix, Alter Es muss hier noch mehr Kerne geben Komm ich hier schon hin? Jawohl Nice Zack Nice Okay. Nullo ist. Was ist das? Prima. Das war's. Spiel vorbei. Okay. Was denn nu? Bin ich dir jetzt? Wo bin ich? Ja, du saust das. Raus aus den Federn, Kleines. Hm. Zu schade. Du warst nur einen winzigen Häschensprung von deiner Belohnung aus Kristallen entfernt. Ach so. Ich wusste, die echte Rose wäre viel lebhafter. Es wäre eine Verschwendung, dein Leben einfach so zu beenden. Lass uns noch ein bisschen Spaß haben, ja? Na komm nicht, Schmollen. Ich habe da einen Nächsten Zeitvertrag vorbereitet. Jetzt kommt der Typ mit seinen Keulen aus. So viel Sklerozien. Und fast alles antraten. Na, was denkst du, findest du die echten? Oh. Der bleibt nicht viel Zeit klein. Tick, tack, tick, tack. Beeil dich lieber, sonst wirst du verschlungen. Wieso? Woher? Wie soll ich denn bitte den richtigen finden? Wie soll ich denn hier verschlungen? Mir scheint hier fehlt das richtige Auge hierfür, Liebes. Nur noch zwei Minuten, keine Zeit zu verschwenden. Na warte, ich bin doch schon dabei. Hier ist doch schon irgendwas. Das ist tiefer. Was steht da gerade? Tiefer als das Fass? Wo ist denn hier Fass? Willst du mich verarschen hier? Ja, komm. So ein Blödsinn, Alter. Ja, kennen wir schon. Komm, mache Yankie und die Scheiße. Hallo. Das nächste Halt weiter ist. Scheiße, Alter. Oh, warum, ich glaube, vielleicht würde es dir so leid machen. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Blinkst du bereits für dieses Finale? Bitte, der letzte. So ein Schmon, Alter. Ein Glück, das war's. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Ich wollte eigentlich einen Pony, aber besser als nichts. Schon klar. Oh, nee, ich wollte eigentlich einen Pony, weißt du? Ich wollte einen Pony. Naja, einen Pony oder deine Mutter. Okay. Ja, das glaube ich nicht, ja. Zack. Bam. Nu, also. Gut gemacht, Kleines. Den hast du dir wirklich verdient. Vom echten kaum zu unterscheiden, nicht wahr? Was? Das ist eine Replie. Auf dieser Ebene kann der Kristall gar nicht existieren. Dachtest du wirklich, ich gebe etwas zu Kostbares einfach hier? Mit irgendwas musste ich dich ja anlocken. Nein! 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 Nun beginnt der wahre Spaß. Ach so. Die perfekte Bühne für dein Ende. Und vor, hang auf! Nee, oder? Gegen sie? Das ist Kettler. Oh shit! Jetzt ist er sogar noch ein Felslinger. Moment. Na, dann warte ich erst mal ab. Na, sieh eine an! Du bist um einiges lebhafter als die anderen Häschen. Langsam wird's langkommt. Zeit für etwas mehr Schwung! Scheiße. Ich muss hier raus, Alter! Junge, das ist ja eine Jauch hier, du. Oh oh. Nu laufe, du Bejagte! Was denn nu? Ach, der macht noch weiter? Ah, jetzt hab ich's gecheckt, Alter. Warte. Patz! Dummer Wichser, Alter. Warte mal, können wir gleich noch was herstellen hier? Naja, wir können... Seine schöne Robo, wir können auch gleich noch mitnehmen, ja. Der sieht aus, Alter. Warte, warte, warte. Wo ist er jetzt? Moment. Guck mal, der Maul, Alter. Noch so'n Ding. Oh, was ist denn jetzt? Wo blubbert denn der sich hin, ja, Alter? Oh, Junge. Oh, Alter! Dummer Assi! Patz! Bäm! Dummer Assi, Alter. Bäm, Alter. Naja, sag ich doch. Was für eine Enttäuschung! Was soll? Dein Tod ist... unausweichlich. Fetter Wichser, Alter. Wohin? Was? Darunter? Hm. Wo bin ich denn jetzt? Ich weiß, wo du bist. In 200 Metern nach rechts abbiegen. Jetzt rechts abbiegen. Bist du taub oder was ich sagte, nach rechts abbiegen? Ich sagte, nach rechts abbiegen, du Opfer. Hm. Was für eine Schöne. Oh, das kommt hier nicht rum. Nicht ohne diesen Kristall. Ich hab satt, ein Freak zu sein. Ist die bescheuert. Ich will Freunde haben. Das Freak sein hatte ich ein paar Mal das Leben hier, hätte du begleppte. Ohne... Fluch. Oh, Junge, was ist denn das für einer? Wo ist denn jetzt der Pansen hier mit seiner Keule? Nee, ich wollte eigentlich ein Pony, weißt du? Sie können nicht abbiegen, aber nicht aufschlag15 debuggertyğer.